Ich engagiere mich ehrenamtlich, weil es mir ein Bedürfnis ist, den Menschen in Rot zu helfen, besonders den Flüchtlingen. Ehrenamt bedeutet für mich, dass ich viel dazu lernen kann und auch andere beibringen kann. Wenn ihr auch ein soziales Projekt in die Wege leiten möchtet, kann ich nur gratulieren zu diesem Entschluss und sagen, geht auf die Menschen zu, bringt sie auf sozialer Ebene zusammen und es wird jeder, der sich hier einbringt, auch selbst etwas davon haben. Bis zum nächsten Mal.